So, wir spielen eine Runde Kekse. Es gibt verschiedene Monster-Karten. Jeder hat sich schon ein Monster ausgesucht. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Weil Vanessa gewinnen möchte, nehmen wir die leichtere. So, dann werden hier aus dem Stapel drei Karten hingelegt und gleich aufgedeckt. Und es muss über alle drei Karten gelaufen werden. So, jetzt würfeln wir das Start-Ding. Das ist das Eis. Und wenn wir über alle drei gelaufen sind, müssen wir die Endkarte, müssen wir dann die Süßigkeit ziehen. So, jetzt schauen wir mal, ob das richtig ist. Also unser Eis war der Anfang. Dann sind wir zum Kuchen. Vom Kuchen zum Cookie und vom Cookie zum Ding. So, jetzt bekommst du die dritte Karte. Und es wird eine neue Karte hingesetzt. So, Tief dran. Donut. Das ist ein Kinderspiel. Das macht uns aggressiv. Bist du sicher? Ja, bin ich. Ich habe mit dem Donut angefangen. Donut, diese weiße Waffel, die weiße Waffel, der Donut, der Donut, der blau. Das ist aber nicht klar. Cupcake. Ja. Wir spielen jetzt eine Runde weiter und ihr könnt euch das auch mal anschauen. Danke. Danke. So, tschüss.